Was war das letzte Angebot in der Heim? Überlegen Sie es nicht. Wenn Sie Fächer haben, finde ich, hat nicht mal mehr einen Job als einen Job. Ich bin ein Schiff. Als ich noch ein Kind war, habe ich immer ausgelacht. Kapitän werden, so haben wir das. Alle dachten, ich würde es nie schaffen. Doch ich wusste es nicht mehr so beweisen. Das war alles, wenn ich als Kapitän habe. Sie sind kurz davor. Damit ich mich gegen mein Gewissen entscheide. Ich kann Ihnen die Entscheidung nicht ablassen. Ich kann nicht aus meiner Haut. Ich habe Ihnen schon einmal gesagt, dass Sie keine Chance haben, wenn Sie vom Gericht gehen.